So, hallo und herzlich willkommen zurück zu Spar! Oder Spooooooor! Spooooooor! Oh, die quatschen da schon miteinander. Über Weltraum-Sonden und Dinger. Tja, wir haben in der letzten Folge diesen Stamm getötet. Oh, die sind böse mit mir. Tut ihn. Lauf einfach weiter, mein Freund. Oh, es bedeutet, der braucht dringend Hilfe. Willst du mir nicht helfen? Ah, eben. Junge, 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 das ist meine Nahrung. Lass die in Ruhe. Du nehmst das mit. Du nehmst das mit. Ihr klaut das hier. Mann, haben die viel Essen. Sind die Babys schon ready? Noch nicht ganz. Mann, Jungs, was stimmt bloß nicht mit euch? Du bist erwachsen. Du bist ein Pfeilkämpfer. Tja, die Stammesphase. Für alle, die das... Oh! Los, da drauf, los! Die Nahrung lassen wir da aber mal so stehen. Was ist bloß mit euch nicht gut hier? Die wollen die ganze Zeit die Nahrung stehlen. Pinkes Dorf. Was? Mit denen bin ich doch verbündet. Alles zurück! Ah, die möchten mir was schenken. Aber die da, die greifen mich an. Los! Ja, ich nehme das Geschenk sehr gerne entgegen, aber zuerst muss ich hier noch den Krieg gewinnen. Komm, 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 Feuerbombe! Und das direkt nach! Oh nein! Boah! Verdammt, mein Häuptling ist tot! Ja, aber sie haben es alle geschafft. Danke Leute, dass ihr mir noch geholfen habt. Wir nehmen das sehr gerne entgegen. Ja, das sind doch Freunde, ich meine, die bringen einem sogar noch ein Geschenk. Ich finde das super. Die Tiere klauen da wahrscheinlich alles Essen von denen. Ja, dachte ich mir schon. Matschatschas. Heilstäbe. Heilstäbe klingt gut. Du und du. Schnappt ihr euch einen Heilstab? Hast du den? Sehr gut. Wir gehen jetzt in mein... Ich gehe ohne Häuptling. Weil die greifen mich sonst direkt wieder an und ich muss die... Ich muss die jetzt auslöschen, sonst habe ich bald ein Problem. Das orange Dorf, das ist mir auch nicht gut gesinnt, so wie es aussieht. Und die sind mir auch sehr ähnlich. Und alle Kreaturen, die mir ähnlich sind. Los Jungs! Hütet sie! Hütet die! Hütet sie alle! Die Heiler sollen heilen! Tja, die haben keine Chance. Du kommst auch direkt hier nach hinten? Nein, jetzt greifen mich die anderen an. Alles zurück! Alles zurück! Alles zurück! Scheisse! Wie viele leben von euch da eigentlich noch? Da sind nicht mehr viele. Komm, du gehst das BB. BB! Waaaah! Das bin ich, ein Gross! Mein Gott! Das Spiel ist ein bisschen auf mich fixiert. Das finde ich nicht so schön. Aber das ist gut. Der hält das Ganze hier in Schach. Mann, bist du riesig! Da kommen sie! Hast du schon was gegessen? Isst was? Ach, Mann! Schon wieder Herr Street! Los! 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 Der hat Hunger. Wie ist du halt was essen? Ich meine... Wir gewinnen ja so gut dazu. Kannst du nichts essen? Da ist Nahrung. Ist was. Essenszeit für alle. Nachher gehen wir nochmal in den Krieg. Wir machen die grünen hier platt. Wo ist eigentlich der Große? Der steht da. Das ist die große Ich. Ich, das Monument. Kann ich mich eigentlich selbst zähmen? Nein. Na los. Auf in den Kampf. Die wollen aber auch alle mit mir Krieg. Die Babys drehen durch. Aber ihr seid selbst schuld. Hast du jetzt wieder nichts gegessen? Ich glaub's kaum. Ich stehe das da. Das bringst du jetzt zurück. Und dann isst du was, wenn du da bist. Der ist einfach nichts. Unglaublich. Wo ist er? Wo ist der Große? Der spielt da verrückt. Und ein weiterer Sieg. Und ein weiterer Sieg. Und der Hintergrund. Mein großes Ich. Ich. Tja, zu Beginn. Schlossen wir Freundschaft. Und dann erscht er nur noch Krieg. Auch den Text kennen wir. Krieg ist nicht mehr. Ihr seid stammeslos. Was? Was macht der da im Wasser? Ähm. Ist er jetzt verdrückt? Ja. Tja. Der ist abgesoffen. Hast du noch immer nichts gegessen, Mann? Iss jetzt was. Endlich. So. Wir machen nochmal den Stammesplaner. Mal schauen, was ich da noch reinwerfen kann. 20 habe ich. Kriegsplatten. Was habe ich denn jetzt momentan an? Diese, oder? So. Wird. Ah, noch nicht an den Zähnen. Muss das hier befestigen. Nein. So. Jetzt ziehen wir den noch ein bisschen hoch. Sauber. Wundervoll. Wundervoll. Das er weiterhin auch noch bedeckt bleibt. Ja. Bauen können wir ja nicht mehr viel. Ich könnte noch die Schweissbrennerei bauen. Und weil ich ohnehin zu viel Kohle habe. Noch die. Einfach weil die so gut klingen. Ich werde sie zwar nicht mehr brauchen, aber naja. So. Jetzt töte ich das Orangedorf noch. Weil da habe ich noch eine Rechnung offen. Und die sind immer noch angeschlagen vom Angriff gegen mich. Ein wildes Tier will das Futter stehlen. Ja. Ich warte bis du groß bist. Wahrscheinlich ist es dann schon zu spät. Oh. Ja. Du darfst was essen. Du darfst was essen. Bei mir. Aber natürlich. Der Knuffige. So. Ich gehe da zurück zu meinem Stamm. Tja. Jetzt meine lieben Freunde. Heißt es Krieg. Wo ist mein Häufling? Mitten in der Mitte. Unwiederbetäubt wie immer. Jetzt aber. Feuer frei. Tja. Ihr habt den Krieg begonnen. Und ich werde ihn beenden. Der letzte noch. Tja. Ich bin der Sieger. Machen wir das noch platt. Und dann ist gut. Tja. Es tut mir sehr leid. Aber. Du stellst eine Gefahr da für mich. Das heisst ich muss dich töten. Los. Mach mal ein bisschen vorwärts Jungs. Kräftiger zuschlagen. Tja. Dann habe ich mich mit denen verbündet. Und der Rest der es für nötig hielt mich anzugreifen. Habe ich. Alles. Ausgelöscht. Also die habe ich alle ausgelöscht. Haha. Kult. 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 Alles vollständig. Dein Stamm ist. Alleinherrscher. Naja. Wir haben Verbündete noch. Wenn du für die Zivilisation bereit bist, klicke auf den Weiterentwickeln Button. Ja. Das mache ich. Aber zuerst. Oh Moment. Klicke hier um deine erste Stadt zu gründen. Danach geht es zu den Designern. Wo du dein Radars und erste Fahrzeuge erstellst. Das heisst wir können Fahrzeuge erstellen. Cool. Aber vorher mache ich hier noch einen kurzen Break. Ich speichere direkt mal. Nicht dass mir nochmal das gleiche passiert wie das letzte Mal. So. Ich ziehe da alle Leute mal zurück zu meinem Stamm. Ich schaue noch kurz ob ich da noch was bauen kann. Basteln kann. Nö. Alles noch null. Du sagst es mein Freund. Du sagst es. Tja. Ich würde dann mal sagen wir haben hier gesiegt. Obwohl. Ein Bedürfnis habe ich noch offen. Wo bist du großer? Da. Ich möchte nämlich. Das große Ich töten. Das möchte ich noch kurz. Ich möchte mal schauen wie stark ich bin. Als epische Kreatur. Und warum habe ich da so eklig. Eklige Verbindungen. Bäh. Kliebrige Masse zwischen den Armen. Tja. Los Jungs. Kiebrige Masse. Tja. Kiebrige Masse. Töte den. Töte den. Töte den großen. Oh. Oh meine Leute gehen da. Oh die werden flack gemacht. Mann, Mann, Mann. Ich produziere da direkt Babys nach. Ja. Aber auch er stirbt langsam. Nicht mehr viel. Nicht mehr viel. Oh da kommen direkt noch meine Verbündeten. Tja. Und es ist aus. Was? Ein Baby ist in Gefahr? Oh nein. Und ich hielt dich mal für nett. Und ich hielt dich mal für nett. Mann, Freunde. Und ich hielt dich mal für nett. Nein, ich will nicht, dass mein Baby stirbt. Greift ihn an, los, tut was. Na, verdammt. So, ich würde mal sagen, wir machen da die nächste Phase. Aber bevor ich da reingehe, mache ich nochmal einen Cut. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Bis dann.